Guckt euch das mal an! Unsere Gebäude sind verkohlt! Die sind alle verkohlt! Guckt euch das an! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Bea as Bea Ra dem Marsaufbauspiel mit der künstlichen Inkompetenz in Form von moi Ich bin die künstliche Inkompetenz und manche behaupten auch da ich immer so viele Pinkelpausen im Stream mache wäre ich die künstliche Inkontinenz aber ja so ist das halt Ich habe viele Namen Trailerstimme am besten Ich habe viele Namen und dann würde ich sagen machen wir weiter mit dem Kolonieaufbau auf dem Mars meine lieben Freunde das Ziel aktuell in der Story ist es diesen Punkt zu erreichen Ich habe gerade einen weiteren Landeplatz ein weiteres Landemodul in Arbeit Wir haben die Ressourcenengpässe in der letzten Folge ganz wahnsinnig effektiv in den Griff gekriegt Ich habe einfach Minen gebaut bis zum Abwinken und habe diese zentrale ja man könnte sagen dieses Rückgrat gebaut dieses aus Hyperloop bestehenden bestehende Rückgrat für den Mars für unsere Kolonie das einmal komplett durch die ganze Kolonie und alle Landeplätze die wir bisher so gebaut haben durchgeht und quasi wirklich alles miteinander verbindet Das Ganze ist jetzt hier wirklich wie so ein Blutkreislauf der die wichtigen Stoffe in Organismus verteilt Das ganze Ding ist eigentlich wirklich ein Organismus wenn man es genau betrachtet Wir haben verschiedene Organe die verschiedene Stoffe produzieren in Form der Minen die sind an verschiedenen Orten und wir haben weitere Organe die aus den Stoffen der anderen Organe neue Stoffe machen und das muss halt alles verteilt werden und zugeführt werden und auch gelagert werden ja in den Fettpilzsachen Fettpilzsachen haben wir auch einige das sind die ganzen Lagerzentren die Dinger hier und also die Dinger hier da mit diesen Quadraten da diese Zeichen und der Hyperloop ist quasi die zentralen Adern sind das die Aorta und so die das hin und her transportiert geil wenn ihr das feiert dass wir hier ein Organ oder ein Organismus produziert haben dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wenn ihr das Projekt nicht kennt rechts oben ist die Playlist verlinkt könnt ihr euch gerne angucken wie sich der Organismus entwickelt hat von Anfang bis Ende so jetzt ist der Landeplatz endlich fertig der absolute Wahnsinn und wir müssen ja landen hier müssen wir ja landen ich lande jetzt hier direkt in dieser komischen Zone vielleicht ein bisschen abseits so und da sind tatsächlich auch wieder die Materialien vorhanden die wir brauchen um hier ordentlich voranzukommen nicht schlecht ihr hört es vielleicht im Hintergrund die Musik ist schon wieder aus ich habe es vergessen das Spiel neu zu starten damit wir wieder Musik haben das ist immer ein bisschen doof muss ich sagen dass man das immer machen muss dass mir immer hier meine Musik abkackt das regt mich ein bisschen auf die sollen das endlich mal fixen dass die Musik abkackt das ist eigentlich würde man sagen das ist kein besonders gravierendes Problem so bugtechnisch aber ich finde schon dass das dass das stört weil ich möchte meine Musik ich mag meine Musik meine meine Aspera Musik ich möchte die gerne haben und dann ist die einfach aus das kann ja wohl nicht wahr sein wie finde ich denn das so wir machen mal hier gleich noch eine Solarfarm wir brauchen ja auch Stromo schön in die Mitte genau und da fährt jetzt da der einzelne Worker hin und her hier müssen wir ja wieder erstmal die ganzen Stoffe an den Start bringen die wir brauchen um hier äh dengeln zu können tatsächlich äh wir haben hier Eisen fehlt eigentlich hier immer irgendwas wir haben man hat immer bei jeder Landezone das was man am dringendsten braucht an Ressourcen immer direkt wenn man den Landeplatz platziert das wird auch sofort aufgedeckt immer als wenn diese Ressourcen generiert werden in dem Moment wo man landet das ist immer sehr lustig ich glaube das ist auch so tatsächlich weil sonst könnte man ja den Landeplatz vergessen im Zweifel weil man ja da sonst nicht weiterkommt ohne diese diese Sachen genau hier brauchen wir noch eine Solarfarm dazwischen und äh da müssen wir jetzt versuchen uns hinzudengeln und vor allem dann dort eine Kolonie zu bauen damit wir diesen Ort diese alte Landezone hier dass wir die erforschen können das ist jetzt so unsere Mission gerade wir müssen die untersuchen und äh ja aufklären was da passiert ist deswegen habe ich hier gerade auch schon dafür gesorgt oder ich bin gerade dabei dafür zu sorgen mich in diesen Bereich hier hinten auszubreiten ein bisschen also hier so ein bisschen wieder so wie so ein Arm halt von so einer Armöbe mich so hier hinzurecken ja und dann das hier so miteinander zu verbinden untereinander das ist so der Plan gerade und parallel haben wir auch noch den Import von Treibhausgasen am Start der läuft gerade noch THG Import denn wir haben nämlich bald 60% Sauerstoffsättigung in der Atmosphäre und dann wird das Brandrisiko extrem erhöht wir sehen aber der THG Import der dauert noch ganz schön lange oder der hat wieder neu gestartet das ist jetzt so die Frage läuft das permanent laufend es kann sein dass das jetzt permanent läuft tatsächlich Weltraumlift Komponenten ah wir kriegen jetzt ah ja stimmt das hatte ich neu gestartet wir kriegen nochmal einen neuen Weltraumlift jetzt fällt mir mal gerade so auf zwei Einheiten fehlen noch dann kriegen wir einen neuen Weltraumlift der ist ja quasi dann wieder ein weiterer Raumhafen der die Materialien aber schneller in den Orbit transportiert das heißt diese Sachen hier dauern dann im Zweifel nicht mehr ganz so lange genau und dann haben wir ja noch das Deimos Projekt da fehlt uns aber noch Uran da müssen wir jetzt noch warten ich hatte ja aus dem Uran was wir schon bekommen haben jetzt nochmal ein Kraftwerk gebaut ein Kernkraftwerk warum geht jetzt eigentlich alles nach unten gerade jetzt waren gerade die Pfeile irgendwie gefühlt alle rot sowas sehe ich ja nicht gerne dann werde ich ja ein bisschen allergisch jetzt wo ich hier mühsam die ganzen äh Rohstoffe und Farmen gebaut habe und die ganzen Minen und so Hamöben auf dem Mars ja genau so sieht es aus Hamöbius meine lieben Freunde Hamöbius Hamöbius kommt also wo ich ein bisschen Angst habe ist wenn hier diese Anzeige beim Sauerstoff oben links wenn die auf 60% springt da bin ich ja ein bisschen nervös jetzt schon wer weiß was dann passiert wahrscheinlich geht alles instant in Flammen auf und die Hälfte der Gebäude brennt ab die andere Hälfte ist ohne Strom weil wir nicht mehr genug Strom produzieren und so die ganzen Ressourcen sind weg weil die Lager brennen ich kann mir da einiges vorstellen meine lieben Freunde ich habe da eine sehr blühende Fantasie ihr merkt das vielleicht schon es ist auf jeden Fall krass was fehlt uns denn jetzt eigentlich am meisten Aluminium singt immer noch ganz schön und auch Chemikalien die singen auch die singen alle ganz schön da müssen wir was gegen tun zum Beispiel neue Förderanlagen bauen dafür wir haben ja hier durchaus noch die ein oder andere ja mittelgroße Quelle würde ich jetzt sagen was haben wir denn hier 600 Einheiten denn auch das das hier der Kohlenstoff der sinkt auch ganz schön ich habe ja oh ich habe es ja noch auf einfach warte mal wir machen das mal auf achtfach die Geschwindigkeit sonst dauert das ja alles dreimal so lange hier ok hier ist eine große Chemikalienquelle hier müssen wir mal noch eine Chemiefabrik hinsetzen hier haben wir eine schöne Position für eine mittlere Eisenmine eine 700er Quelle das ist ganz ok da haben wir noch mal richtig Kohlenstoff am Start hier und Aluminium boah ist hier viel Aluminium alter Schwede das ist mal nice da müssen wir mal auch bauen was ist das hier oh eine 3000er Eisenmine auch da müssen wir eigentlich mal dringend hin und hier haben wir ja auch noch Anlagen die wir auch noch untersuchen können verlassene Landemodule und so ein Spaß ich versuche mal mich hier zu der Eisenmine vorzuarbeiten können wir mal versuchen das ist glaube ich nicht so schlecht paar Reläste ah automatisches speichern ach schön wenn das immer kommt wenn man gerade was macht herrlich genau mach das mal so dann haben wir das schön im Radius drinne mach mal noch eine Batterie dahin so dazwischen und dann noch eine Batterie da dazwischen hin und dann am besten haben wir da ein Lager ja da ist ein Lager genau und dann machen wir Wartungsanlage vielleicht noch ja ist auf jeden Fall keine so schlechte Idee gerade jetzt wo auch ja wie gesagt der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre steigt ist das keine so schlechte Idee ein paar mehr Wartungsanlagen an den Start zu bringen damit sich die Radien ein bisschen mehr überlappen weil wenn die nämlich zu wenig sind dann könnte es sein dass wir minimale mittelschwere Probleme kriegen wenn es darum geht die Feuer zu löschen die wahrscheinlich entstehen wird aber guck mal es ist immer noch bei 58% jetzt es hat jetzt kurz vor dem kritischen Level angehalten aber woran liegt es jetzt ist die Frage liegt es jetzt daran dass wir diesen Import diesen Treibhausgas Import halt geschafft haben oder liegt es jetzt an was anderem aber ich schätze mal es wird schon daran liegen würde ich jetzt schätzen Schiff zum Raumhafen zurückfliegen weil an was soll es sonst liegen was anderes haben wir ja nicht gemacht ich habe ja keine ich konnte ja jetzt keine weiteren Sauerstoffproduzenten stoppen oder so es muss ja irgendwie was damit zu tun haben oder hatten wir noch ein anderes Projekt laufen ne ich glaube nicht das war schon das dann haben wir also quasi jetzt das aufgehalten ah ne okay jetzt sind es ab nichts gesagt es sind wieder 59% das lief einfach nur wegen der langsamen Spielgeschwindigkeit ich hatte es ja kurzzeitig auf einfach da war das wahrscheinlich der Grund okay dann habe ich nichts gesagt dann haben wir das Problem immer noch so ist das 12 Einheiten Uran haben wir jetzt haben wir denn irgendwo noch eine weitere Uranquelle zufällig außer die die wir hier schon ausbeuten wie viel ist denn da eigentlich noch drin 1382 Einheiten Uran sind da noch drin so wie sieht es denn hier bei der neuen Landezone aus oi 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 da ist schon Wartungsproblem am Start ah ja 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 da brennt alles da brennt ja alles weil da keiner löschen kann weil da keine Wartungsanlagen sind ach du scheiße oh kacke ja dann wird das wahrscheinlich abbrennen so schnell kommen wir da jetzt nicht rüber ich meine ich kann es versuchen warte mal ich kann versuchen jetzt hier noch Relaisstationen so zu bauen dass wir vielleicht irgendwie das mit dran dengeln noch das ist halt mega weit weg ne ich meine hier brauchen wir ja dann letztendlich auch wieder Wartungsanlagen die sich ja auch wieder überschneiden müssen dann brauchen wir da wieder Strom auch in Form von ja Solarfarmen würde ich sagen und vielleicht noch ne Batterie dazwischen ja und dann brauchen wir auch nen Hyperloop dann weil sonst dauert das so ewig bis die dann hier hinten ankommen Hyperloop ok hier ist das ist die Grenze vom Hyperloop das heißt ich setze den jetzt hier hin dann können wir den noch mit dem hier verbinden dann müsste das auch dann haben wir gerade mal die Hälfte nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft das schaffen wir nicht mehr das wird alles abrennen ich kann das ich glaube nicht dass ich das retten kann ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen kann ich mir nicht vorstellen dass wir das hinkriegen was brauchen wir denn hier für das Glas ok warte mal schalt mal die Produktion hier nochmal ab dass wir da ein bisschen mehr Energie für die Glasverarbeitung haben hat das nicht gerade eben noch gebrannt das ist von alleine ausgegangen kann das sein aber es geht hier auch nicht weiter ah gut ich hab's auch ausgeschaltet naja müssen wir mal im Auge behalten auf jeden Fall achso ne das ist der zeigt mir das nur als Warnung an dass da das Feuer ausbrechen könnte wahrscheinlich was brauche ich denn nochmal für ne Wartungsanlage ich brauche Eisen also Aluminium Polymere ok das übliche halt wir brauchen da das übliche ich baue schon mal die Mine dahin und dann auf jeden Fall die Fabrik für Stahl noch und dann müssten wir hoffentlich erstmal die Grundkomponenten haben so weit erstmal dass wir hier dann Stahl machen können ich war da prioritisiert erstmal das genau erst genau erstmal den Strom und dann die Eisenmine und dann Stahl und dann haben wir erstmal die Baustoffe und dann brauchen wir noch die Polymerfabrik die Einser die wir dann entsprechend ja so so bauen irgendwie warte ja ja so dass die schön untereinander verbunden sind alle genau und dann sollte das eigentlich passen hoffe ich und dann können wir die wieder anschalten dann müsste es laufen nein erst du sollst erst die Stahlfabrik machen und erst ach Gott hör auf das da zu bauen das sollst du nicht bauen ach dann mach halt von mir aus dann mach halt kriegst doch eh die Ressourcen hier jetzt nicht oder ach doch bisschen was haben sie schon scheinbar aber fehlt ja eh noch Chemie fehlen ja noch Chemikalien jetzt genau erst mal das dann das dann das und dann am besten nochmal ein Solarpanel das müsste ja gehen genau sehr schön so next wie sieht es hier aus sieht äh soweit eigentlich ganz gut aus vielleicht noch mal ein paar Solarpaneele hier noch verteilen stromtechnischerseits könnte das ganz schlau sein oder hier so auf die Seite ich möchte das gerne dass die immer alle untereinander so ein bisschen sich verbinden das wäre schon ganz geil ja 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 da so genau dass der gelbe Balken verbunden ist aber die anderen die Gebäude Balken halt straßentechnisch auch untereinander verbunden sind das ist ganz wichtig genau weil sonst ist nämlich hier der Ofen aus wenn die nicht mit dem Hauptnetz verbunden sind das ist immer ganz wichtig so jetzt noch mal gucken wie sieht es aus mit dem Treibstoffhandel also hier nicht Treibstoffhandel ihr wisst was ich meine ah guck mal genau der fängt wieder von vorne an seht ihr das der fängt wieder von vorne an und ich glaube das führt dazu dass das hier schon ein bisschen ausgebremst wird auch aber es steigt jetzt langsam wirklich über diese kritische Schwelle an hier können wir das eigentlich auch stoppen ja ich kann das theoretisch auch stoppen Spezialprojekt abgeschlossen was für ein was was Weltraumlift ah sehr gut sehr gut warte mal dann kann ich jetzt den neuen Weltraumlift ja woanders hinsetzen eigentlich muss ich doch mal gucken wie geht das hier genau da kann ich jetzt entscheiden den einen den hatten wir ja hier hingestellt glaube ich irgendwo da genau da hatten wir den einen hingestellt dann würde ich sagen den anderen setzen wir jetzt tatsächlich mal hier auf die Seite weil hier sind ja jetzt die großen neuen Ressourcenquellen erschlossen worden und da schauen wir mal dass wir jetzt dann von hier eher die Sachen uns holen was benötigt Äquatorstreifen ach so ist das hier nicht der Äquator ach so ne ist er nicht tatsächlich hier ist der Äquator aber da ist schlecht mit der ja hier kann man es wie weit kann ich ihn da runter gehen oder mal das ist ja krass ja stimmt das ist ja auch logisch eigentlich es macht ja keinen Sinn Weltraumlift oben am Pol zu machen weil da wird ja der Schwung nicht ausgenutzt der braucht ja den den Rotationsschwung vom Planeten der das letztendlich dann streckt die die Linie also die die Leitung ich versuche es trotzdem mal möglichst am Limit zu bauen so weit nach unten wie es geht bis bis hier hin geht es okay dann setzen wir den jetzt hier hin ist ja noch relativ nah dran eigentlich an unseren neu erschlossenen Quellen und steht auch schön auf erhöhter Position das ist glaube ich hier das wichtigste ich finde das auch geil wie der instant fertig ist einfach und da sind auch zwei Relaisstationen in der Nähe ich baue trotzdem noch mal weitere Relaisstationen drumrum auf ist der im Wartungsbereich noch ja ist er und vielleicht noch ein Lagerhaus direkt da daneben ein Lagerzentrum und vielleicht tatsächlich auch noch ah der Hyperloop ist sogar auch in der Nähe geil das ist eine gute Platzierung eigentlich muss ich jetzt mal sagen finde ich eigentlich ganz praktisch und dann können wir jetzt von da tatsächlich neue Missionen auch wieder starten das heißt warte mal können wir da die Deimos Mission zufällig starten gleich Deimos Ende könnten wir ja wenn wir jetzt das Uran hätten könnten wir das machen kann ich die schon starten ne doch 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 ich kann das schon einlagern ja geil dann lasst mal einfach das Uran da jetzt einlagern während das jetzt so läuft im Hintergrund aber das jetzt der SP1 ist jetzt glaube ich Raumhafen das ist jetzt nicht der Weltraumlift ist ja auch egal am Ende des Tages also glaube ich ne der andere der andere Weltraumlift war glaube ich beschäftigt mit dem ähm mit dem Mars Verteidigungsnetz wie sieht es da eigentlich aus 4 von 20 Starts ach das dauert noch guck mal das dauert ja noch lächerlich lange da bräuchten wir auch mehr Eisen eigentlich so an sich da kann ich ja mal gucken upsala da kann ich ja mal gucken ob wir noch ne Eisenquelle irgendwie haben eine die schön groß ist was ist hier da brennt's der Wasserextraktor brennt sehr schön der ist in Flammen aufgegangen da verdampft das ganze schöne Wasser 60% Sauerstoff die Luft wird eng genau hier warte mal hier können wir mal noch ne Mine für Alu hinsetzen die ist nämlich schön groß hier die Quelle haben wir hier noch irgendwo ne Eisenmine ne schöne große 3011 die wäre natürlich geil und die ist glaube ich sogar noch ist sie noch drin ja ist sie ich werde ja ein bisschen wahnsinnig gleich mal da eine Anlage bauen und eine Solarfarm in die Mitte und am besten noch eine Relaisstation schön dahin genau Wartungsbereich ist überall am Start ja sehr gut das muss man immer checken dass das auch immer passt und dann würde ich sagen wir bauen hier jetzt auch nochmal einen Hyperloop würde ich sagen weil das ja schon hier recht weit weg ist jetzt können wir den hier so vorne so auf die Kante bauen hier ist ja noch so ein bisschen erhöht da müsste eigentlich kein Flutgebiet sein normalerweise genau machen wir den mal dahin ist der Wartungsbereich da oh gerade so warte mal bricht das nochmal ab bitte das ist mir ein bisschen zu weit außerhalb des Wartungsbereichs lieber ein bisschen wieder zurück lieber dahin und dann noch eine Relaisstation hier auf die Seite weil wenn da nämlich der Wartungsbereich nicht ist dann geht das Ding so schnell kaputt genau so müsste das passen eigentlich und am besten hier noch eine Relaisstation dann haben wir ordentlich Relaisstationen eine riesige Menge an Ressourcen vor allem auch hier hier wird glaube ich auch noch gescannt ja da wird noch gescannt da könnte es auch sein dass neue Ressourcen Quellen noch auftauchen deswegen ist das ganz gut dieses Gebiet hier ordentlich zu erobern das sollte passen noise ich sag ja meine lieben Freunde das läuft hier die Solar Farm ist glaube ich oh Strukturintegrität null können wir die reparieren warum ist die ist die kaputt gegangen ah die ist nicht im Dings okay verstehe die ist nicht im Wartungsbereich da müssen wir eine Wartungsanlage noch setzen hier ich setze die mal hier in die Mitte na komm schon genau scheint nicht auszureichen was wir da haben ich guck mal hier was hier so für Quellen 300er Eisenquelle 700er Wasser das ist alles zu wenig das sind alles so kleine Mika Quellen das bringt uns alles nichts da ist der Aufwand des Bauns viel höher als die Ausbeute die wir kriegen das lohnt sich nicht ah hier müssen wir hyperloop 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 hyble 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 gleich mal hier connected genau schön connected apropos connect warte mal wir wollten ja hier auch weiter vordringen. Oh je, es brennt schon wieder. Es brennt, es brennt. Sagte der Patient beim Urologen. Es brennt so. Machen Sie, dass es aufhört zu brennen. Ich weiß nicht wie. Hier haben Sie eine Salbe. Verdammt nochmal. Immer schön auftragen in kreisenden Bewegungen. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Es brennt halt. Der Sauerstoff Gehalt wird halt immer größer. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kann nichts machen. Oder sagen wir es mal so. Ich weiß nicht was ich machen kann. Sinnvollerweise. Mehr Stickstoff halt im Potenzial. Ich brauche nochmal so ein Stickstoff Meteor. Der wäre halt am geilsten. Aber vorher muss ich nochmal Eis abstürzen lassen. Und dann steigt der Meeresspiegel. Und das will ich nicht. Hier N2 Meteorit. Das brauchen wir. Aber das kann ich nie machen. Weil das schon fertig ist. Ich muss die anderen nämlich... Was? Achso. Wir haben das hier erforscht. Alles klar. Ich muss nämlich die anderen noch... Hier. Importiere Stickstoff von Titan. Das müssen wir unbedingt erforschen. Vielleicht kriege ich es dann endlich mal in den Griff. das Problem. Ähm. Ja. Was können wir denn noch abstürzen lassen an Meteoren? Ähm. Was war vielleicht... Ähm. Was vielleicht dazu führt, dass wir jetzt... Das noch machen können hier. Also dass wir Eis importen. Ja. Ich will ja nicht Eis importieren. Das ist ja Blödsinn. Das will ich ja nicht. Also... Ich will nicht, dass die Meeresspiegel jetzt steigen. Das wäre doof. Das ist schon fertig. Das ist fertig. Wenn da fertig steht, kann ich es nicht nochmal machen. Dann ist es durch. Ja. Aber dann geht das nicht. Dann... Dann bin ich angewiesen auf andere Quellen, wie es aussieht. Moment mal. War das hier schon geflutet? Ist es nicht jetzt neu geflutet? Bin gerade da etwas verwirrt. Ist der Meeresspiegel nochmal gestiegen? Ich glaube schon, oder? Hier, die war doch noch nicht am Wasser gewesen. Die Eisenmine. Ich glaube, der Meeresspiegel steigt. Erwärmen wir gerade die Atmosphäre nochmal weiter? Ich glaube schon. Vielleicht sollte ich diesen Import von Treibhausgasen doch nochmal abbrechen. Stimmt, Treibhausgase heißt ja, die Atmosphäre wird wärmer. Heißt ja theoretisch, das Eis, was noch da war, wird dann eher flüssig. Und das ist schlecht. Weil dann können sich die Cyanobakterien, wenn sich die Meere mehr vereinigen, können sich die Cyanobakterien weiter ausbreiten. Damit kriegen wir wieder mehr Treibhaus... Also mehr Zauberstoff in die Atmosphäre. Nee, nee. Ich muss mal den THG-Import abbrechen. Abbrechen. Stopp. Nicht mehr weitermachen. Nicht weitermachen. Sonst haben wir hier Spaß. Ja, guckt mal. Genau, das ist es nämlich hier. Ich glaube, hier haben sie sich nämlich vorher nicht drüber hinaus ausgebreitet, glaube ich. Und das haben sie jetzt gemacht. Weil jetzt hier eine Brücke ist. Eine Wasserbrücke. Oh, das waren Böller draußen. Da explodieren sogar schon die Leute draußen. Unglaublich. Nee, hier genau. Hier war vorher nämlich keine Wasserbrücke. Und jetzt ist da nämlich eine. Und deswegen sind hier jetzt Cyanobakterien hier, wo vorher keine waren. Ah! Da haben wir ja noch Schwein gehabt, dass ich das jetzt bemerkt habe. Weil ich glaube, nach der nächsten Lieferung werden hier nämlich die Fabriken und Minen überflutet worden. Was nicht so gut ist. Wir wollen ja da weiter abbauen. Ja, guck mal. Hier sind noch tausende Einheiten Eisen und Silizium im Boden. Die wollen wir ja rausholen da. Die wollen wir ja nicht umkommen lassen hier. Buchen sie jetzt einen Aufenthalt in einer Eisenmine mit Meeresausblick. Ja. Wir machen einfach ein Hotel draus. Das ist eine gute Idee, ja. Mars-Tourismus. Space Tourism ist ja jetzt gerade so ein richtig heißes Thema jetzt. Wo jetzt hier der Steve Branson mit seinem Virgin Galactic immer mehr Testflüge auch macht jetzt mittlerweile. Ja. Ich würde mich nicht reinsetzen in diese Virgin Galactic Maschinen. weil ich sag ganz ehrlich, zwei Flugzeuge, die ein anderes Flugzeug ausklinken, das dann eine Rakete zündet, das ist schon bei Kerbal Space Program so unglaublich gefährlich. Und Kerbal Space Program ist nur ein Spiel, dass ich das in der Realität erst recht nicht machen würde. Also Hut ab an alle, die sich da freiwillig reinsetzen wollen als Touristen und da schon Flüge gebucht haben. Ich würde das nicht machen, sag ich ganz ehrlich. Da würde ich lieber bei so einer selbst landenden SpaceX-Rakete Platz nehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gebe ich lieber die 100.000 Dollar mehr aus, die das dann wahrscheinlich kostet. Also keine Ahnung. Mal abgesehen davon, dass ich die Kohle sowieso nicht habe. Aber ganz ehrlich, da würde ich lieber bei SpaceX mitfliegen, als mich von der Steve Branson Virgin Galactic Maschine ausklinken zu lassen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt ja mal schreiben, wo ihr eher Platz nehmen würdet. Ich kann mir gut vorstellen, die Antwort, die eigentlich rationale Antwort müsste lauten momentan noch bei niemanden. Weil selbst Boeing hat es ja nicht hingekriegt, ein vernünftiges, sicheres Fahrzeug herzustellen bis jetzt, was wirklich safe ist, wo man wirklich auch schon einen Track-Record hat. Weil das Ding ist klar, hat SpaceX jetzt mit seiner Dragon-Kapsel mehrfach schon erfolgreich Flüge gemacht. Aber das sind ja quasi nur zwei Flüge bisher gewesen oder so. Oder zwei oder drei. Ich glaube sogar nur zwei. Also und das ist ja nur die Dragon-Kapsel. Das heißt, die haben ja noch gar keine richtige lange Historie von sicheren Flügen. Es könnte ja jederzeit theoretisch irgendwas schief gehen, wenn man es so betrachtet. Also da wäre ich auch noch vorsichtig irgendwie. Aber so in 20 Jahren, wenn... Mal gucken. Mal schauen. Also da hätte ich mal wirklich... Das wäre eine Sache, das würde ich gerne machen. In den Weltraum fliegen und das mal zu erleben. Aber es ist halt einfach schweineteuer und es ist halt mega unsicher. Also wenn das irgendwann mal wirklich zur Routine wird, dass du wirklich als Tourist da hoch kannst und sagen wir es mal so, wenn es nicht astronomisch hohe Summen kostet dann... Also klar wird das immer teuer sein, aber wenn es jetzt nicht gerade 100.000 Dollar kostet, so ein Ticket oder sowas, ja dann... Würde ich das schon in Erwägung ziehen, vielleicht mal zu machen. Dann aber mit Livestream natürlich. Dann ist ja Starlink auch am Start, ja. Dann kann man ja auch Internet im Weltraum beziehen. Dann werde ich dann aus dem Weltraum streamen. Mal schauen. Gebt mir nochmal so 10, 20 Jahre hier. Mal gucken, ob es YouTube da noch gibt. Oder Twitch. Bin ich mal sehr gespannt auf jeden Fall. Ist ein Risiko bei allen. Auch leider bei NASA und Co. Ja eben, genau. Wenn ich halt sehe, was bei Boeing so bei den Testflügen abläuft, da würde ich mich zum Beispiel nicht reinsetzen wollen. Und auch der Branson hat ja schon einige Fehlflüge gehabt, wo auch schon Tote... Hat ja auch schon Tote gegeben, tatsächlich. Also da weiß ich nicht. Das würde ich nicht machen dann so, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir dann zu heiß. Das muss dann... Da müssen offensichtlich noch so 10 Jahre vergehen, bevor das wirklich reif ist dann, ne? Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Also gerade bei Virgin Galactic, wo da dieses... Das ist ja dieser Unfall gewesen, wo dann da das Raumschiff so ausgebrochen ist nach dem Ausklinken. Ja, das hat ja sich dann irgendwie so überschlagen dann, weil irgendwie ein Flügel falsch ausgerichtet war oder so. Und... Oh, warte mal jetzt. Das wollte ich jetzt nicht machen. Und das hat dann dazu geführt, dass das halt sofort instabil geworden ist, das Ding. Und dann hat sich einer irgendwie, der Pilot, mit einem Fallschirm gerettet. Der ist dann irgendwie ausgestiegen, aber der Co-Pilot ist irgendwie gestorben. Weil der halt nicht rauskam. Und das ist halt kacke, sowas, ne? Ich meine, das sind ja, sag mal, Testpiloten. Dann, also mal fies gesagt, die haben ja noch gewusst, worauf sie sich einlassen. Beziehungsweise haben gewusst, wie sie in so einer Situation reagieren. Wenn da jetzt Passagiere drin gewesen wären, ich glaube, die hätten sich nicht mit einem Fallschirm retten können. Also, das ist halt so eine Sache dann, ne? Wenn so ein Ding auseinanderbricht, dann darfst du das. Also, von daher, ich würde dann doch irgendwie lieber, naja, eine andere Möglichkeit nutzen wollen. Wenn ihr versteht. Ich versuche, ich, ich, ich versuche gerade zu quatschen schon wieder. Und konzentriere mich schon wieder nicht richtig auf das, was hier passiert. Es ist immer wieder das Gleiche. Oh Gott! Guckt euch das mal an! Unsere Gebäude sind verkohlt! Die sind alle verkohlt! Guckt euch das an! Wollt ihr mich hier verkohlen, oder was? 64% Sauerstoff in der Atmosphäre! Ah! Dieses, brennt alles ab hier! Das geht alles schon nicht mehr! Das ist alles außer Betrieb! Strukturindigrität! Das ist alles auf Null hier! Haben wir denn jetzt die Möglichkeit, hier eine Wartungsanlage zu bauen? Das wäre schon mal ganz nice irgendwie. Mal gucken, ob wir das Material haben dafür. Ich bin mal gespannt, ob das hier am Start ist. Weil dann hätten wir schon, dann hätten wir zumindest die Möglichkeit, das wieder zu reparieren. Die Passagiere hätten vermutlich nicht mal gewusst, wo der Fallschirm ist. Ich glaube, das Problem bei sowas ist immer weniger, den Fallschirm zu kriegen. Sondern das Problem ist dann eher, aus dem Flugzeug rauszukommen, bevor es kaputt ist. Also zerstört. Ich meine, es zerbricht ja dann meistens noch in der Luft bei den hohen Geschwindigkeiten. Von daher, da dreht sich dann ja alles in der Kabine. Da hast du ja keine Orientierung. Du kannst dich auch nirgends wirklich festhalten. Du bist dann ja quasi wie so ein Flummi hin- und hergeschleudert. Du bist ja dann nur noch so ein fleischiger Flummi, der dann da rumfliegt. Also keine Ahnung. Also generell, Weltraumtourismus ist eine spannende Sache. Und wie gesagt, ich wäre dafür, aber ich möchte auf jeden Fall da noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und ein bisschen, die sollen das ruhig alles nochmal ein bisschen optimieren in den nächsten 10, 20 Jahren. Und vielleicht gibt es ja dann auch schon Weltraumhotels. Es gibt ja so aufblasbare Module wohl auch, die getestet werden. Und wo man dann auch tatsächlich auch einen längeren Aufenthalt auf einer Raumstation dann machen kann. Also gut, ist auch wieder die Frage, will ich in einem aufblasbaren Modul mich aufhalten, wenn ich weiß, dass es haufenweise Weltraumtrümmer-Splitter da oben rumrauschen, die einfach mal dieses aufblasbare Modul mal ganz schnell deflationieren können, wenn man Pech hat. Ist halt so eine Sache, ne? Will man das Risiko eingehen? Der Blick wäre es wert, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Blick wäre es wert. Die Frage ist, ist man bereit, da auch sein Leben noch zu bezahlen dafür? Das ist halt so die andere Frage dann. Wird man alles sehen? Aber spannendes Thema, auf jeden Fall. Spannendes Thema. Und es ist ja allgemein schon genial, dass wir in solchen Zeiten leben, wo wir jetzt schon ernsthaft sagen können, dass wir das ernsthaft als Option in Erwägung ziehen können, einen Aufenthalt im Weltraum zu genießen. Ich meine, vor 10, 20 Jahren hätten alle noch den Vogel gezeigt und gesagt, ja, genau, Weltraumaufenthalt hier buchen und sowas. Macke. Produzieren deine Begrünungsanlagen auch Sauerstoff? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, ne, die hatten, glaube ich, hatten die Sauerstoff produziert? Warte mal, Biom? Naja, wie dem auch sei, ich glaube, die breiten sich eh nicht weiter aus, so wirklich. Das hat sich nicht großartig verändert hier. Das ist immer noch derselbe Begrünungsgrad wie vorher. Naja, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei es hier jetzt in den Bereichen um die Biokuppeln rum auch ein bisschen noch grüner wird, ne? Also wenn man da das Biom jetzt aktiviert, das Overlay, hier, da ist jetzt ein tieferes Grün. Das war vorher, glaube ich, immer nur dieses hellgrün. Jetzt ist es hier so ein bisschen so ein... Vielleicht ist das jetzt schon der Mutterboden, den man dann benutzen kann, um auch wirklich Pflanzen auszusehen halt. Oh, guckt mal, das Uran ist auf 0 gegangen. Also auf 1. Das heißt, es müsste jetzt der Deimos... Das Deimos-Projekt müsste jetzt laufen eigentlich. Warte mal. Oh ja. Naja. Nicht ganz, noch nicht ganz. Es hat noch nicht angefangen. Aber 6 Einheiten fehlen nur noch. Der Rest ist schon am Start. Geil. Dann lassen wir einen Mond auf unsere Kolonie stürzen. Das wird ja mal ein Schauspiel. Da will ich mal gucken, ob man das sehen kann dann. Oder ob das nur so... Interface-technisch dargestellt wird. Bin mal gespannt. Das wird auf jeden Fall eine Schau. Deimos ist jetzt nicht gerade klein, würde ich sagen. Können wir mal gespannt sein. Nicht schlecht. Wir brennen Bärchens Fabriken ab. Wer macht mit? Äh. Die brennen sich von ganz alleine ab. Da müsst ihr gar nichts machen. Nur so als kleine Info. Spoiler-Alarm. Meine Fabriken zerstören sich selbst. Meine Fabriken verbrennen sich selbst. Selbsteinäscherungsprogramm. Das ist doch auch mal was. Dann mach mal hier noch ein Wartungszentrum. Schön hier dazwischen. Und ein bisschen überschneiden lassen. Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Wir sind fast da. Wie die Wartung da aussieht. Alles rot. Haben sie das jetzt mal gebaut, das Wartungszentrum? Was fehlt denn da jetzt? Ach ja, Electronics fehlen natürlich. Ich brauch ne Elektronikfabrik. Die hab ich vergessen. Stimmt. Na toll, die hat da wahrscheinlich jetzt eh keine Rohstoffe, wa? Das Ding hier ist auch abgebrannt. Der Landeplatz ist auch weggekokelt schon. Das einzige, was noch steht, ist die Solarfarbe. Herrlich. Naja, dann haben wir die einzige Chance nur noch, dass wir jetzt hier von hier und da hin ausbreiten. Alles andere können wir knicken jetzt. Und an der Stelle endet diese Folge per Aspera. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich hier unterstützen möchtet, ihr könnt euch Spiele im Epic Store kaufen mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE. Da wird es euch nicht teurer, aber ich kriege eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Und das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne in die anderen Videos reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Denn ich zeige hier nicht nur per Aspera, sondern auch ganz viele andere coole Projekte zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.